um das ist nicht so praktisch was dass der Hauler dann noch steht der Herr Björn hat gesagt alle außer den Hauler springen dann durch das ist aber schlecht ich bin auch da ich kann dir was rauswerfen Mara ich hab noch was im Cargo äh ist mein Bay ich wollte es nur anmerken ich fand das auch ein bisschen komisch aber ich hab mir gedacht die wissen ja was die tun ich konnte das nicht looten ich hab ja nur so einen schwulen Bomber der ist ja voll liegt da noch mehr drin oder was ist eigentlich noch eine Vespa T2 drin und ein Drone Link Argumentation ach lassen wir alter jetzt hätte mich fast noch einer gegrillt hier beim reinfliegen oh nee was ist denn da für ein Tankling ja Brotow hallo 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 in der Regel haben Wikinger rote Bärte ja ja ich weiß mir nicht es meine Frau meinte wir würden Randscheizen und wild umanierend hier durch die Gegend ziehen hallo oh dann hier tun wir nicht wir vergewaltigen geile Frauen wir sind Wikinger du vielleicht eine Handsome Dickfleet nein wir tuns nur mit Tieren du vielleicht du kannst doch nicht mal von dir auf andere schließen Miau da rappt doch gar nichts oder was ist denn da für ein Tank drin krass ja er hat ein bisschen Platte drin ich hab knapp 27.000 Amor HP aha Mara kann ich dich von meinen Blocks aus direkt befueln eigentlich funktioniert sowas ne ne ich glaub nicht guck mal warte mal wie viel hab ich denn überhaupt noch wir sind ja nicht alle mitgesprungen ach wir kommen wieder zurück sogar wie viel hast du ich hab noch mehr als die Hälfte über ja dann kommen wir da zurück du machst ja einen auf dann ist das dann ist das nur der Hauler der so viel verbraucht ja wahrscheinlich dann muss man ein MWD ausmachen das macht auch Sinn der Hauler hat ja oder vorhin hat einer mit MWD gejumpt ja das kann auch sein oh da oh ne Vespa wird hier jetzt gerade geworbst gremelt jetzt geht's ab oh ich bin immer noch in der Ahnung guck mir immer noch den Bitchfight zwischen den Drohnen und den Ratten an das ist plus eins im System plus eins ja ähm hier deine Sin ähm musst du noch mal das kleine Zeichen deinen Namen machen von deinem Schiff das hast du nicht gerade keine Zei also ein kleiner Stern ein Stern ach so okay Kai wer wollte denn noch Kloke genau davor ich rappe gerade ach so damit wir wissen ja okay so äh warte mal Stern ist in der Korb gepostet also das Backup Seino habe ich jetzt in Position so vielen Dank Dinge sein aber es ist halt die Frage ob wir den Timer nicht erst ablaufen lassen wollen oder ja na wie viel hat jeder 19 Minuten müsste jeder haben jetzt ne ja ja 8 Minuten 50 Peter können wir jetzt echt so lange hier warten na okay kann man das Problem ist ich kenne nach wie vor die Formeln nicht davon also wir können nicht so lange aufhören wenn ihr Bock drauf habt also das Ding ist wir hatten jetzt wie lange haben wir gekriegt für den Sprung 30 Minuten ich glaube 20 vielleicht 30 Minuten ich meinte den ersten Timer 30 Minuten haben wir bekommen nein die ersten war total kurz ach so das waren ähm 3 Minuten 3 Minuten guck so und wenn wir jetzt innerhalb dieses Timer wird da die Minute die 1 Minute 51 kommt obendrauf allerdings verdoppelt sich dann wohl auch dieser blaue Timer oder türkise oder der wird auch höher dann also bei mir steht mein nächster Timer wird 1 Minute 49 Sekunden sein der oben drauf kommt genau zu dem Grund nee 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 das ist nicht der der da oben drauf kommt sondern das ist der neue Orangene der kommt also eine Stunde 48 Minuten 1 Minute 1 Minute 48 Sekunden das wird der neue Orangene das ist doch nicht hier mein Gott und wenn Eva vielleicht das nächste Target haben ist dann vielleicht eine Stunde wieder vergangen auf der anderen Seite nee 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 diese eine Minute kommt oben drauf das wird dazu gerechnet zu dem Grundwert deswegen eben haben wir 3 Minuten gekriegt wenn wir jetzt nochmal springen dann gibt es 4 Minuten irgendwas ja aber das ist er kommt auf den Orangenen mit drauf so rum genau ja aber ganz ehrlich da steht zwar ihr nächster Timer ist 1 Minute das ist aber nicht das ist nicht richtig also das ist falsch hier mal das ist TCP das ist halt ein Rundungsfehler das ist halt ein Rundungsfehler ich würde jetzt trotzdem sagen dass wir zurückspringen statt den jetzt hier auszusitzen wir müssen aber scheiß vorsichtig sein weil wir haben Treespice in P3 und die Flotte ist immer noch nebenan ne ja haben wir dann Combat Tropes sind dann Combat Tropes draußen ich gucke mal ich habe Combat Tropes mitgenommen allerdings habe ich keine Expanded Dings mitgenommen ja brauchen wir auch nicht aber wenn keine Combat Tropes da drüben draußen sind dann kann uns das scheißegal sein dann springen wir zurück cloaken und freuen uns des Lebens können wir nur halt keine ich sehe keine aber ich sehe eine Rapie eine Rapie könnte gut auch scannen ja könnte aber wenn du keine Tropes siehst dann ganz ehrlich und das hat Schürztrofen und es wird schon die Kreis ja also Probs habe ich auf jeden Fall keine Offensee die Sonne draußen mit dem Weg also ganz ehrlich wenn keine Probe sind zurückspringen weil wir müssen eh zum holler zurück und nachfühlen also ich würde jetzt hier rausspringen ich war hier im Local vergammeln sag an du bist ja Chef hier jo na denn alle worten jetzt Mara auf Null an gekloakt oh Moment 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 und Mara muss den Schiff stoppen ja dann macht man noch nichts weil ich muss erst das hier ist ja keine Station ich muss erst irgendwas aus schlussend hollten Lohler ist er wieder in der Oren oder alle weg er ist schon mal gut schlusslicher mir mehr ein das ist um die Uhrzeit geht unser Testmann mit immer einmal und das ist total komisch doch präsentiert ich hatte heute über eine anderthalb Stunden oder so hatte ich kein Internet so also check check Mara so ein Modul ist aktiviert nun bereit du bist bereit so zu Mara worten Sekunde aber seh zu bieten ist hier die Club neben mir ja die sind ja die geht noch nicht hin die sind okay wenn er hat die wort sich immer auf 10 an also brauchst keinen Stress an Mara ja gut aber dann muss ich ja jetzt warten bis die bei mir ist die sind springt doch gar nicht durch die springt doch selber oder willst du eine sind rutschen das ist mir vorher auch aufgefallen als ich gesagt habe wenn ich jetzt nicht auf null Bob erwische ich wahrscheinlich das zu mir seht aber zu dass ihr zügig durchkommt wenn das aufgeht weil ich will möglichst schnell hier weg und nicht alleine hier sterben ja dann die klugen wir vorher also die Ansage ist die Klo dann den Tüno ab also wenn dann heißt es die Klo dann sagt der nächste Tüno es ab und dann sagt der nächste Britsch die Mara macht das schon so jetzt Jungs ihr könnt noch ein bisschen im Localsband wir werden gerade noch begrüßt könnt noch ein bisschen Hallo schreiben und so wir werden hier als Fossile bezeichnet die kennen uns schon gar nicht mehr ähm seid ihr immer noch nebenan? also wir sind immer noch nebenan? wir sind immer noch nebenan? 5 ja wir sind immer noch nebenan? dieses Team ist das ist dieses wer hat zurückspringen und dann das ist es nicht so gut und dann möchte ich es hätte machen ich bin auch kurz eine Wäsche und immer springt und nicht Soll ich jetzt eigentlich hin? Mit meinem Re-Ship? Re-Ship in P3EN warten Genau Wo hattest du am Wummloch? So, alle an Mara? Check, check, check Ja Gut, wer nicht, sonst werdet er zurückgelassen, eiskalt So, Mara, mach dir deine Sino an und deine Bridge auf So, Sino auf dem Bridge brennt Bridge, 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 Bridge Alle raus, alle raus, alle raus Oft scharf, ne? Jo Oh, meine Freunde sind hier da So Ja Gut, alle sind wieder drüben, richtig? Hm Wunderbar, dann cloaken, cloaken, cloaken Sieh zu, dass ihr cloakt, sieh zu, dass ihr cloakt Ich hoffe, du hast den Cycle von den Covid-Zeiten ausgemacht Na sicher Hm, die Rapier ist immer noch auf dem Scan und bewegt sich nicht Vielleicht sollten wir die mal ausscannen Ich hab leider keinen Expanded Ich hab leider keinen Expanded Oh, hier, links ist doch hier Hast du... Combat Ah, hier ist aber auch eine Post im Ne, ich hab auch keinen Combat Auf dem Skin Kann sie dir geben, ich kann sie hier nicht benutzen Ich könnte mein Glick aufs Umfitten Hehehe Sister Combat Probes hab ich dabei Ich hätte auch einen Sister Expanded Probe Launcher Kriegst aber auch nach Serien nicht zum Laufen Ich wollte es nur angemerkt haben. Ja, lass mal docken. Wenn ihr jetzt irgendjemand gelootet habt, dann könnt ihr Susi antworten, wenn ihr irgendwie Fuel braucht oder Repairpaste oder irgendein andern Scheiß kommt zu Susi und sagt haben wollt, dann schmeiße ich das gleich passend alles raus. Tja, leider brauchen die hier in der Region keine teuren Mods oder Tech-2-Sachen auf ihren Ishtars. Dazu sind die ihren PCs zu schwach. Du hast nicht zufällig Drohnen in der Maula dabei. Nee. Müssten, hat seine zerweht. Okay. Darf ich neben der Susi internen und droppen? Ja, sicher. So, mein Fuel Bay sagt, ich habe noch 9200 Tops. Die Dinger brauchen voll wenig, ne? Die sind extrem sparsam. Also ich bin auch zum Schluss mit den Dingern immer gereist. Also mit dem Black Ops in Swimcatch. Geil. Und die Range ist halt gut. Oh, wir haben Tidy. Hast du mal ein bisschen Repairpaste? Die habe ich vergessen. Liegt in dem Container drin. Oh, geil. Mara, wie viel, wie viel Führwort zu haben? Ich weiß aber nicht, wo du bist gerade. Ich stehe auf dem Safe. Du kannst die Susi dann auch einfach antworten. Kannst du mich vielleicht antworten? Das kann ich auch tun. Das ist einfacher. Soll ich noch irgendwas hier abschmeißen? Und Munition braucht noch irgendwas, dann... Jo, schickt durch. Wenn ihr Muni braucht, dann... Ich könnte 8300 gebrauchen. 8300... Okay, lege ich mir zurecht. So, dann wop' ich dich eben an. Das ist ganz schön. So, Mara, hast du nachgefuelt? Oh, das ploppt hier rein. Ah, alles klar. Oh, warte mal. Den bleibt mal lieber noch geklogt, Kai? Die kommt zurück. Kai, du bist nicht getankt geworden. Ja, du musst aufpassen. SIN klogen. Die SIN ist entklogt. SIN klogen. Die SIN ist entklogt worden. SIN klogen. SIN klogen. SIN klogen. SIN klogen. SIN klogen. Komm wieder weg aus dem Wop. Komm wieder zurück. Schlotte kommt wieder. Na, sicher.